Herzlich willkommen zu einer neuen Trailer-Reaktion. Sie kommen immer so Wellen. Sie kommen immer so, immer so so viele Trailerin eigentlich dabei. Nein, da ging ich nicht mehr fertig. Ich denke, es war eine Trailer-Reaktion, abgeholt, abgelöst und dann zack, sind Sie auf YouTube und dann denke ich, oh Gott, du hast einen neuen Trailer. Und du kennst einfach etwas Frisch bestraut. Beetlejuice, Beetlejuice, ja. Ein zweites Teil zu Beetlejuice. Wen der nächste noch nicht gesehen wird, unbedingt noch. Mega geil. Also Michael Keaton feiern ist ja sowieso komplett und ich weiß nicht, was ich noch viel dazu sagen soll oder im Vielfalt. Ich denke, wir gucken uns einfach direkt einen Trailer in und dann gucken wir, was da so passiert. Wir gehen direkt an die Reaktion-River. Ich freue mich. Mal gucken. Ich weiß nicht, was das erwartet. Ich habe Angst. Ich sage, hey! A Janet Ortega, ja, das hat Schokoliers. Michael Keaton sowieso Ohren dabei. Das kann schon mal viel Wäsche werden. From the mind of Tim Burton. From the mind of Tim Burton. Aha, 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 aha. Aha. Ey, das ist ja mega. Das ist, aha, Gott, wie cool. Ah, nee, ist das schon? Ist das alles im Trailer? Ah, nee, ist das nicht? Ah, das ist Teaser, ne? Oh, uh. Ja, aber ich kann es nicht. Ey, das ist ja schon geschwollen. Ah, nee, Moment. Nicht den 9.6. Der 6.9., also im September. Ja, Michael Keaton noch einmal als Beetlejuice. Was soll ich sagen? Ich freue mich. Ich freue mich. Ich habe Zeit, dass ich den einen gucken muss. Ich muss den einen gucken. Ich war so lange hier, dass ich den nächsten, den ich gesehen habe. Und, äh, ja. Das geht, es sind, es sind auch von ich, was ich sehe, Michael Keaton oder andere, das geht, was soll doch schief gehen? Obwohl, ich meine, ich hätte doch zum letzten Ghostbusters gesagt. Und, äh, naja. Äh, ja. Äh, ich, äh, es hat, also, ja, da steht Teaser-Trailer. Ich denke, mein Mann hat keine Reaktion zum, äh, zum finalen Trailer, weil der Tag da ist, loh natürlich recht wenig. Das ist ja wirklich, und Material hier loh nicht ganz viel, aber da hat man schon mal gesehen und nicht schon mal Spaß gemacht. Wie steht das da? Cool. Okay, mal, wir will uns nicht kurz, das ist halt ein, ein Teaser-Trailer-Reaktion. Ich hab mal nur ehrlich gesagt, gut, meh, ja, was hat, ähm, meh, ich freu mich drauf. Beetlejuice, Beetlejuice, was hat, und ich ging so in, äh, erzählt mir dann gerne in den Kommentaren, wie ich den Teaser da los so gefallen hat. Und, äh, ich denke, dann gesehen wir mal bei der, bei der Trailer-Reaktion. Gesehen wir mal, dann rein. Ciao. 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 Ciao.